Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Heute gibt es diese Fruchtgummis bei mir im Test von der Firma Lüders. Das haben wir Fruchtgummi, den Exotic-Mix. Das Ganze ist vegan und ohne Gelatine für Leute, die auf sowas achten. Es gibt wohl drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Anandas, Mango und die Grapefood-Sorte. Die werden wir jetzt probieren. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst, genau auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist zu bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. Ja, ziemlich winzig. Habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Egal. Ich bereite den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, schon geht es weiter. Ich habe die komplette Tüte ausgeleert. Wir probieren jetzt unsere drei Sorten. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Ananas. Schauen wir uns das aus der Nähe nochmal an. So sehen sie aus. Sie sind ja relativ weich. Alles klar. Oh ja, es riecht schon wirklich schön nach Ananas. Das gefällt mir. Jetzt muss es nur noch schmecken. Ich beiß rein. War richtig gut. Also so einen leckeren Ananas-Geschmack habe ich lange nicht mehr gehabt bei Fruchtgummis. Da bin ich jetzt absolut überwältigt. Das gefällt mir schon mal. Ja, die haben so eine leichte Gelee-artige Konsistenz, wenn man da rein beißt und sind wirklich total fruchtig. Also wie gesagt, hier kann man sofort erkennen, dass es Ananas ist. Total geschmacksintensiv. Also die erste Sorte ist schon mal absolut genial, kann ich nur sagen. Wir machen sofort weiter mit der zweiten. Auch die zweite Sorte absolut super. Schmeckt schön intensiv nach Mango. Also das sind wirklich absolute Top-Fruchtgummis bisher. Da sind wir schon bei der letzten Sorte angekommen. Ja, auch die letzte Sorte absolut genial. Schmeckt schön intensiv nach Grapefruit. Richtig lecker. Ja, hier kann man nur absolut begeistert sein. Also ich hätte jetzt auch niemals rausgeschmeckt. Das ist ja irgendwie vegan ist oder sowas. Wirklich total intensiver Geschmack bei allen drei Sorten. Richtig lecker. Super Fruchtgummimix. Genial. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten und Nährwerten. Dann gibt es meine Bewertung. Ja, hier kann es natürlich nur eine einzige Bewertung geben. Das ist natürlich ganz klar der Dreifach-Daumen nach oben. Die beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt und damit eine ganz klare Kaufempfehlung. Also wie gesagt, so leckeres Fruchtgummi habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gegessen. Alle drei Sorten wirklich total geschmacksintensiv. Richtig, richtig lecker. Also hier kann man wirklich nur begeistert sein. Preislich auch okay. 80 Gramm, 1,29 Euro. Dafür bekommt ihr wirklich absolut geniale Fruchtgummis geboten. Müsst ihr unbedingt mal nachkaufen und selbst probieren. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Nicht vergessen, morgen gibt es schon den nächsten Test hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.